Was ist die Ansteckung? 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 Ruhe Raum und Schläfer. Das Virus ist ein Medium und der Schläfer sein Agent in Latenz. Untergründig genug ist es im Hotelkeller, wo das Innen zum Außen wird, weswegen Susanne Risto ihre Zeichnungen und Schriftzüge wie sonst auf der Straße direkt auf die Wände appliziert. Die Serie der Schläfer steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der von ihr betriebenen Kulturvirologie und der Untersuchung viraler Medien wie Bücher, Grafiken, technische Reproduktionen und digitale Informationen. Beim Anblick des zentralen Kühlraumes, in den ungewöhnlichen Ausstellungsraum, war ihr und Martin Buchinick direkt klar, dass jetzt noch ein Spezialagent aktiviert werden musste, Ralf Werner. Seine neue Performance im Ruheraum wird nur am Eröffnungsabend am 4. Mai als ein existenzielles Spiel zwischen avanzierter Übertragungstechnologie und unmittelbarer Körpererfahrung zu erleben sein. Am 12. Mai ist die Ausstellung zum letzten Mal zu sehen und ab 21 h wird die Fingissage MWP8 mit Wischers Vinyl aus Buchinicks Plattensammlung fortgesetzt. Ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ralf Fritz Ferrer, geboren 1961 in Düsseldorf, ist ein Künstler, der durch sein Werk kontinuierlich einen neuartigen Begriff vom künstlerischen Material in die bildende Kunst respektive ihrer speziellen Disziplin der Bildhauer EI eingeführt hat, und zwar den eigenen Körper. Er verknüpft die Bildmedienfotografie, Video, Objektkunst und das Handlungsmedium Performance zu einem existenziellen bildhauerischen Entwurf, der den Menschen als Maß für den Wert von Kunst postuliert. Website www.ralf-berger.tv www.ralf-ger.tv 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 Alamud Alamud ist der Name einer im Norden des heutigen Iran, ca. 100 km nördlich von Teheran gelegenen Festung, deren klangvoller Name noch heute den Assassinen-Mythos erinnert. Autoren wie Friedrich Nietzsche, Betty Wouthol oder William S. Boros, waren nachhaltig fasziniert von der Figur des islamistischen Warlords. Der seine unter Haschisch-Einfluss stehenden Haschischinnen, auch Assassinen, im Englischen heißt Assassin, Mörder, jahrelang als Schläfer an feindlichen Höfen unterbrachte, bis er den latenten Gefährdern den Befehl gab, nachts die Feinde im Schlaf zu vernichten. Hassanisar war, der möglicherweise anders hieß und nicht Perser, sondern Syrer war, wurde zur Zeit der Kreuzzüge um 1100, als der Alte vom Berge bekannt. Und im gegenkulturellen Kontext stets gern, wegen seiner Philosophie, nichts ist wahr, alles ist erlaubt zitiert. Auch im aktuellen Wechselspiel des Virendiskurses mit dem Terrorismus-Diskurs, spielt die Figur des Schläfers, als latenter Gefährder, eine zentrale politische Rolle. Und individuelle Körper, werden in einer alarmistisch gestimmten Gesellschaft, als bald zu alarmant gefährlichen, latent anwesenden, unsichtbaren Fremdkörpern, und zur gefürchteten, Bio-Gefährdung. Musik Martin Buchinig, geboren 1958 in Lippstadt, ist freier Kunst- und Musikkritiker. In den 1980-Hörn und 1990-Hörn hat er als Kulturredakteur eines Rapid-Magazines gearbeitet und für zahlreiche Kunstzeitschriften und Tageszeitungen geschrieben. Von 1994 bis 2006 war er Inhaber der Buchlinik-Galerie, wo zahlreiche Ausstellungen mit jungen Gegenwartskünstlern an der Schnittstelle von Kunst und Popkultur zu sehen waren. Seit 2006 betreibt er gemeinsam mit Susanne Risto den Kunst-Transfer Düsseldorf-Neapel Capri-Batterie e.V. Website Susanne Risto, geboren 1971 in Lübeck, fast unterschiedlichste Disziplinen wie Zeichnung, Popgrafik, Malerei, Video, Performance, Installation, Skulptur- und Artistik-Research zu dem Begriff Bildnerei zusammen. Die Kunstlerin ist international nicht nur mit Ausstellungsprojekten präsent, sondern auch als leidenschaftliche Kunstvermittelerin. In großen Zeichenzyklen erprobt sie die infektiösen wie Partizipat-eben Möglichkeiten von Bildern im öffentlichen Raum. Website Http.doppel.doppel.slash Susanne Risto.com Http.doppel.slash Susanne Risto.com Nation.